Du willst deine Speed-Ramp-Übergänge für deine Videos aufwerten? Dann bist du hier genau richtig. Ich verrate dir ein Geheimnis. So, Speed-Ramps in Premiere Pro zu erstellen geht ziemlich einfach. Dafür gehst du zu deinem Clip, machst einen Rechtsklick auf das FX-Zeichen, Zeit neu zu Ordnung und wählst die Geschwindigkeit. Jetzt hast du eine Linie, mit der man die Geschwindigkeit des Videos ändern kann. Danach einmal die Steuerungstaste für Windows oder Command für Mac drücken, um einen Punkt für den Start oder Stopp der Speed-Ramp zu erstellen. Danach müssen wir die Linie zum Übergang nur noch anklicken und die Geschwindigkeit erhöhen. Ich setze sie hier auf einen Wert grob von 500% und mache den Prozess natürlich auch für den zweiten Clip. Aber lasst uns zuvor die Speed-Ramps musen. Dafür klicke ich hier bei meinem ersten Clip den rechten Teil dieses erstellten Zeigers einmal an und ziehe ihn auf die rechte Seite. Das gleiche mache ich natürlich für den zweiten Clip, nur umgekehrt, um diesen Speed-Ramping-Übergang zu erhalten. Um den Übergang noch weiter zu smoothen, klicken wir einen der Zeiger einmal an und ziehen diesen mittleren Henkel zu einer Kurve. Damit können wir den Start und das Ende der Speed-Ramp etwas glätten. Aber meiner Meinung nach macht das nicht so viel Unterschied. So mein Tipp ist, das Video zu liken, dass der YouTube-Algorithm... Die Lösung diesen Übergang noch aufzuwerten, zeigt das folgende Problem. Der Übergang schaut meiner Meinung nach zu scharf und langweilig aus. Um dieses Problem zu beheben, verwenden wir Motion Blur. Damit können wir einen realistischen Übergang erzeugen. Der Effekt, den wir dafür benötigen, ist die Richtungsunschärfe. Dafür erstelle ich mir zuerst eine Einstellungsebene über den Übergang. Hier mein Projektfenster, ein Rechtsklick, neues Objekt und Einstellungsebene. Ziehe die Einstellungsebene dann hier über unseren Übergang und passe meine Einstellungsebene noch etwas an den Speed-Ramp-Übergang an. Gehe dann hier in den Reiter Effekte, suche mir hier die Richtungsunschärfe, ziehe die Richtungsunschärfe dann einmal auf die Einstellungsebene, gehe in die Effekteinstellungen, gehe hier direkt zur Mitte des Übergangs, setze hier ein Keyframe für die Weichzeichnung, setze den Wert in der Mitte hier auf 60, gehe dann etwas nach vorne, setze den Wert hier auf 0 und dann etwas zurück und auch wieder auf 0 und setze die Gradzahl der Richtung auf den Richtungsübergang. In meinem Fall sind es 90 Grad, weil der Übergang von links nach rechts geht. Das einzige Problem bei dieser Methode ist, dass dabei eine Vignette um den Clip entsteht. Um das zu beheben, zoomen wir einfach etwas in unsere Clips rein. Also ich wähle meinen Clip einmal aus, setze die Skalierung dann auf den Wert 105, das gleiche für den zweiten Clip und somit können wir das Ganze beheben. Das war mein Tipp für einen smoothen Speed-Ramp-Übergang. Ich hoffe er bringt dich weiter, dann vergiss nicht mein Video zu liken und kommentieren und mich zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.